Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu helfen. Allen, die leiden oder die sich ausgeschlossen fühlen. Gott hat einen Plan für uns. Was will er diesmal von dir, Tammy Faye? Jim wird predigen und ich singe. Gott will nicht, dass wir in Armut leben. Er ist ein mächtiger Mann. Jetzt hat Gott eine Stimme in seinem Kopf. Wogegen kämpft er? Gegen die liberale Agenda, die homosexuelle Agenda. Wir sind doch alle nur Menschen, erschaffen aus demselben alten Schlamm. Und Gott hat nicht gepfuscht. Also die hat Feuer, Jim. Wenn jeder vor dem Bildschirm seine Spende verdoppeln würde, nur für einen Monat. Ich finde, Gott zu dienen sollte keine Möglichkeit zum Geldverdienen sein. Wir tun doch nichts, was falsch wäre. Ist das eine Frage? Ich will die Menschen nur lieben. Steve ist schwer krank. Er hat AIDS. Bringen Sie sie unter Kontrolle. Der Teufel greift nach mir, Tammy. Können wir später über Satan reden. Manche Menschen haben so viel Kummer. Und wir müssen sie einfach nur lieben. Oh ja, das macht mich aus. este 목 McConaug Jingle verbrechen. Nein, das macht mich aus. Vielen Dank. membrechen. Vielen Dank. Vielen Dank.